Ich mach das bei Tante Kehrs schnell wieder gut, bevor sie das Kaffee leer futtert. Mach ich. Und ich hoffe, du Dummkopf hast was daraus gelernt. Auf jeden Fall. Du gehst zu nem Botfight, oder? Da ist einer auf der anderen Seite der Stadt. Vielleicht schaff ich's noch. Wann fängst du endlich mal was an mit deinem schlauen Kopf? Was? Zur Uni gehen so wie du? Damit man mir Sachen erzählt, die ich schon weiß? Einfach unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020